Malis, wir sehen uns gerade hier auf dem Oktoberfest 2018. Wie ist es denn so auf dem Oktoberfest für dich? Ja, moin moin, kann der Hamburger nur sagen, gell? Letztes Jahr war ich auch schon mal da und war richtig cool und auch wenn ich jetzt wieder... Hat mich ausschlaffiert, weil der Münchner an sich mag es ja gern, gell? Also insofern, ich komme wieder und werde in Hamburg Reklame machen und tschüss!